Regenwetter, Regenwetter am Windenbach. Wir nutzen die Chance, das sind die frühen Abendstunden und suchen Frösche. Also ab an den Spot, ruten raus. Eins, zwei, dreimal die Rute raus. Es ist gar ein bisschen Wind hier, die Posen treiben sogar ein Stückchen rüber. Also da immer ein bisschen dagegen werfen sogar. So, und dann haben wir das Ganze hier schon. Eins, zwei, drei Posen im Sturm. Sind sie richtig eingestellt? Jawohl, 1-0-Geschwindigkeit maximal. Bremse ist eingestellt. Simples Setup. Auf das Setup gehe ich gleich nochmal im Detail ein. Das heißt, wir gehen gleich nochmal zum Shop. Ich schaue dann nochmal genau, ob sich ein bisschen was verändert hat. Es gab ja ein Update. Ich werde mir höchstwahrscheinlich neue Rollen kaufen für das Setup. Und dann geht es hier mit diesem simplen Setup weiter. Das ist das Setup, was für mich, für all diejenigen interessant ist, die auf weiter, ich sag mal hier, auf etwas kleinere Fische aus sind. Die aus sind, eigentlich aufs Posenangeln, die Bock haben aufs Posenangeln. Allerdings auch, zack, 104 Gramm Gras, Frosch. Ja, die aber Schwierigkeiten haben mit dem Stippen. Stippen ist schwierig. Stippen ist immer wieder so ein bisschen nervig. Man verhaut öfters mal so einen Anschlag. Und da kann eben dieses leichte Bolo-Set, dieses Bolognese-Set, richtig gut helfen. Es kostet nicht viel. Es ist trotz allem eben auch für kleine Fische gedacht. Und vor allem das Wichtigste, man kann eben damit auch ganz entspannt Posenangeln machen. Und ja, ich sag mal, der Anhieb klappt in deutlich mehr Fällen. Auch hiermit ist es natürlich so, dass man immer mal wieder einen Anschlag verhaut. Kann immer wieder passieren. Das ist halt beim Posenangeln immer wieder dabei. Es kann man halt irgendwie nicht viel dagegen machen. Zack, der nächste Frosch. Sehr, sehr geil. Also, lüppt gerade hier. Ich bin speziell auf Frosch unterwegs, weil ich ein paar Köderfische oder Köder gerne hätte. Und Frosch kann man ja gut verwenden fürs Aalangeln, fürs Welsangeln und so weiter und so weiter. Oder auch mal fürs Hechtangeln. Und ich war gerade schon am Moskitosee. Da war ja vor nicht allzu langer Zeit immer mal wieder unten in dem Bereich. Da war ich ein bisschen zu spät. Unten in dem Bereich, äh, unten rechts. Da war ja mal eine Zeit lang jetzt, ähm, so eine Frosch-Area. Da war gar nichts heute. Dann war ich oben in der Ecke. Ich hab fünf Stellen am Moskito gerade schon abgesucht. Da war überall nichts. Und, ähm, ja, jetzt hab ich mir gedacht, komm, Wetter ist gut. Wir haben so schönes Regenwetter. Wir haben Abendstunden, auch ein wichtiger Punkt. Abendstunden, Regenwetter. Also testen wir doch mal jetzt hier gerade am Windenbach. Drei Routen. Ihr seht, es ist ein bisschen tricky, das, äh, Management. Und gerade jetzt mit dem Wind, das ist eigentlich gar nicht gut. Vielleicht sollte ich mich gleich lieber da drüben irgendwie hinstellen, dass der Wind dann, ähm, die Posen... Ja, siehste, ich bin schon komplett durcheinander. Doch, da ist noch was dran. Ach, da ist noch einer dran. Schön, 91 Gramm Glück gehabt. Also, ich werfe mal nur so halb aus. Vielleicht reicht auch hier vorne. Da muss ich hier nicht so weit dagegen lenken und hab nicht so viel Schnur auf dem Wasser. So, was mach ich? Ich lass den Bügel immer offen bei sowas. Zack. Nächster Frosch. Also, schöne Stelle hier, wenn man noch ein paar Frösche als Köder braucht. Wie gesagt, fürs Aalangern und Co. Bügel offen lassen. Einholtgeschwindigkeit maximal. Ähm, Hakengröße 20, Hakengröße 18. Wenn ihr so eine Stelle habt, die richtig gut funktioniert, ihr seid aus, vielleicht auf eine Frosch-Trophy. Dann vielleicht mal einen, eine Route mit einem 16er-Haken tatsächlich kombinieren. Und, ähm, dann mal gucken, wie das da lübt. Ja, geil. So soll das. Gerade eben Moskito, zwei Frösche nur gefangen an fünf Spots. Das war jetzt nicht so schön. Aber jetzt hier am Windenbach gerade richtiges, wie gesagt, richtiges Wetter. Und, ähm, vor allem auch, wie gesagt, vom, vom, äh, vom Setup, vom Spot her. Ne, immer hier gucken, wo die Seerosen sind, wo so Entengrütze ist. So in diesem Bereich. Dann passt das schon. Äh, Uhrzeit natürlich auch nochmal wichtig. Zack. Uhrzeit, dass man dann schön, bäm, 77er, lübt. Dass man dann schön in den Morgenstunden und in den Abendstunden dran geht. Und, ähm, ja, das ist dann so die, die Kernzeit. Ja, und dann, äh, lübt das eigentlich schon ganz gut. Ich bin echt ganz zufrieden. Gerade jetzt hier hin. In den paar Minuten. Drei Minuten jetzt. Und schon ganz ordentlich sechs Frösche dabei. Das ist gar nicht verkehrt. Kann man mal eben machen. Und, äh, so macht das dann eben auch Bock. Einfach mal eben schnell ein bisschen auch Skillpunkte zu machen. Gerade wenn man in der Kühlerbeschaffung gerade noch Skillpunkte machen will. Dann ist das doch ganz gut. Also, ich ziehe jetzt hier nochmal ein bisschen was raus. Dauert ja nicht mehr so ganz lang. Dann wird es jetzt gleich auch schon dunkel. Und wenn es dann dunkel ist, ist dann quasi auch schon bald vorbei. Und dann gehen wir jetzt gleich nochmal zum Shop. Und ich stelle dieses Setup, was ich jetzt hier gerade verwende, auch nochmal live zusammen. Und ich gucke nochmal, wie das von der Kohle ist. Was das alles kostet, das Setup. Und, äh, welche Schnur ich verwende. Und welche Rolle. Wie gesagt, ich werde mir hier für diese Rollen oder für diese Sets, die ich jetzt schon habe, gleich nochmal drei neue Rollen kaufen. Wenn du frustriert bist vom Posenangeln, vom Stippen, dann zeige ich dir jetzt das Setup, mit dem man günstig, trotz allem, richtig schön Posenangeln machen kann. Also, gehen wir mal eben kurz rein hier in den Shop. Wir gucken natürlich bei den Angelrouten nach Bolognese-Route. Bolognese-Route kann man nicht von vornherein. Das heißt, man muss natürlich im Posenangeln sich ein wenig durchquälen. Bis hier unten hin, wenn man das dann freigespielt hat, dann kann man endlich, ja, sich eine Bollo kaufen. Also, so ein bisschen muss man sich durchquälen mit Haseln, mit Lauben hier am Windenbach. Und danach hat man es dann aber überstanden, sozusagen. Und dann holt man sich hier diese super günstigen, einfachen, und da reichen dann auch hier diese kurzen, die Bollo-Routen. Warum die kurzen? Wir werfen damit eh nicht weit raus. Wir holen nur die kleinen Fishies raus. Das heißt, gerade in den ersten Leveln ist es oder geht es darum, ufernah zu angeln. Ganz wichtiger Punkt beim ufernahen Angeln. Aufpassen, mit den Käsefüßen nicht im Wasser stehen. Da gab es aktuell nochmal eine heiße Diskussion im Forum. Aufpassen, gerade wenn man im ufernahen Bereich steht und so auf 10, 15 Meter vielleicht angelt, dann, oder da drunter, dann natürlich gucken, dass man schön, ich sag mal, so einen schönen Abstand hat vom Ufer, dass man nicht aus Versehen die Routen ins Wasser stellt oder eben mit den Füßen da reinrennt und es rumplatschert. Warum das Ganze? Es hat halt eine Scheuchwirkung auf diesen Spot und das bedeutet, weniger Fische dann an dem Spot und das wollen wir ja nicht. Also, zurück zu der Route. Das ist das Ding. 59 Silber für 3,8 Kilo Tragfähigkeit im aktuellen und ich habe auch immer noch 3,8 Kilo Tragfähigkeit. Jetzt gucken wir gerade mal bei der Spark, die ich hier habe. Das ist die Spark 3000 mit einer Bremskraft von 2,7. Das ist die günstigste, fast günstigste Angelrolle. Das hier ist die 2000er. Siehst du? Und die neue, die hat eine erhöhte Bremskraft von 3,2. Das heißt, die kaufe ich mir jetzt. Kostet ja jetzt wirklich nicht viel. Zwei Fische kostet das Ding. Also, 9,5 Silber. So, das ist jetzt die neue Rolle und die packe ich jetzt auch direkt hier mal drauf auf meine, da ist sie, 3,2 Kilo. Wir haben eine Tragfähigkeit von 3,8. Wir haben eine Bremse von 3,2. Und wir haben eine Schnurstärke und das macht das Ganze auch so schön von 3,7. Das heißt also, es ist ein super stimmiges Setup. Wir sind unter der Tragfähigkeit der Route mit der Schnur und es kann quasi nichts kaputt gehen. Wir haben richtig schöne Leistung hier drauf und können mit dem Set hier ordentlich was rausziehen. Ich sage mal, Fische bis zu 3, 4 Kilo sind durchaus gut möglich, auch wenn man dann natürlich ordentlich noch kämpfen muss. Ja, aber ich sage mal, gerade so fürs Kleinfischangeln, Lauben, Haseln, Frösche, von mir aus irgendwie kleine Rotaugen oder sowas, Giebel und Karauschen sind vielleicht auch noch okay, aber das wird schon langsam grenzwertig. Aber für sowas reicht das dann völlig und für sowas sind wir dann eben auch hier super günstig mit unterwegs. Ich gucke mal eben kurz nochmal nach der Invisible Schnur. Invisible, da ist sie. Drei verschiedene Farben, heißt also, da könnt ihr euch eine aussuchen. Farbe ist Shitty Gall, hat keine Wirkung auf die Fische. Also von daher einfach verwenden. Wichtig hier, da ich diese, das ist eine sehr schön transparente Schnur, da ich die verwende für oder ohne ein Vorfach. und das ist halt eine Mono-Schnur, Monophil, hat die eben zusätzlich nochmal als Mono-Schnur so einen leichten Dehnungseffekt, so einen leichten Gummi-Effekt. Sehr gute Schnur eben auch fürs Stippen. Das heißt also, wenn man eh zum Beispiel mit der Stippe schon unterwegs ist, man hat sich zum Beispiel so eine Schnur geholt, kann man die einfach umbauen auf jetzt das Bolo-Setup oder man gönnt sich das nicht ganz günstig. Ein so ein Päckchen Schnur, teurer als die Rute, aber eben auch richtig, richtig, richtig gut. Wenn man natürlich anfangs sparsam unterwegs ist, dann kann man das natürlich auch machen. Mono hier mit den ganz günstigen. Klar, kann man natürlich auch machen. Fängt man damit an hier, baut da so eine kleine Schnur drauf hier. 3,1 Kilo reicht ja auch völlig. Und dann gib ihm. Das wäre jetzt so das Start. Und das hier ist dann das fortgeschrittene Setup. Wie gesagt, den Federkiel, diesen Posenkiel, den hole ich dann immer hier aus der Verwaltung mittlerweile. Da gibt es dann hier unten, da sieht man es so gerade eben, da schimmert es so ein bisschen durch, Y-Posen-Ersatz-Set. Und dann bekommt man eine Stippe. Und da ist dann natürlich auch immer eine Pose dabei. So, eben hier gratis essen gehen. Ja, und dann ist das eigentlich auch schon das komplette Set. Und wie gesagt, damit günstig. Also, in dem Fall jetzt mit der teuren Schnur natürlich nicht mehr ganz so günstig, aber selbst mit der normalen Schnur, die kostet ja dann auch irgendwie nur 3, 4 Silber, sind wir da jetzt also bei, sagen wir mal irgendwie 60, 70 Silber ungefähr. 75 Silber, sagen wir mal, runden wir mal grob auf. Und man hat ein komplettes entspanntes Posen-Set. Wie gesagt, verwende ich immer gerne, 3 Stück davon habe ich halt immer ausgerüstet, in der Art jetzt hier, immer gerne auch mit dem 18er Haken, Fliege drauf, wenn man dann später Doppelköder machen kann, Fliege und Zuckmücke drauf. Beziehungsweise, wenn ich dann auf Hasel gehe, dann auch mal hier Kasta-Zuckmücke in Kombination. Lüppt immer wieder ganz gut. Gut, so, soviel dazu. Ich würde sagen, Attacke Vollgas, zieht raus die Frösche. Der Spot läuft seit Jahren immer mal wieder gut, mal mehr, mal mehr, mal weniger. Aber im Großen und Ganzen bin ich da echt sehr zufrieden mit. Innerhalb der kurzen Zeit, jetzt nur in den Abendstunden, dann hatten wir jetzt hier 3, 6, 7, 8 Frösche schon rausgezogen, 2 Lauben, schmeckt also. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, das hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.